Wir sind hier auf der Industriemesse I&E, veranstaltet vom BVIB in Freiburg. Freiburg im Breisgau, eine Stadt mit wunderschönen Bechtle, historischen Häusern und einem tollen Freiburger Münster. Die größte Messe im Bezirksverein Südbaden, die wir gerne nutzen, um uns zu zeigen. Auf der Messe hier sind zahlreiche mittelständische Unternehmen aus Südbaden vertreten, die ihre Dienstleistungen im Bereich von Softwarelösungen anbieten. Dieses Jahr insbesondere auch im Bereich der Robotik auf der Hardwareseite. Wir als VDE Südbaden präsentieren uns hier mit dem Thema Safety & Security als Verknüpfung zur Industrie 4.0 mit einem besonderen Forumsvortrag, bei dem wir mittelständische Firmenchefs aus Südbaden engagiert haben, die mit uns über das Thema diskutieren. Der VDE nutzt diese Messe hier in Freiburg, in Südbaden, vor allen Dingen auch zum Netzwerken. Wir sprechen kleine mittelständische Unternehmen, aber auch große Konzerne an und machen sie auf die Möglichkeit einer Mitgliedschaft und damit dem Beitreten eines dieses großen Netzwerks aufmerksam. Darüber hinaus bieten wir Cyber Security zum Anfassen mit einer sportlichen Übung im Balance Board, wo man Cyberattacken im Wettbewerb miteinander abwehren kann.